Prinzip Der After-Bereich ist bei Personen beider Geschlechter eine sexuell stimulierbare erogene Zone, die mit vielen Erwähnenden ausgestattet ist. Beim Mann führt passive Analverkehr zusätzlich zur Reizung der sexuell empfindlichen Prostata, die einen Orgasmus auslösen kann. Bei der Frau können durch Analverkehr auch der sogenannte A-Punkt und das Scheidengewebe stimuliert werden. Für den aktiven Partner bedeutet der Analverkehr aufgrund der engeren und potenziell muskulöseren Körpereröffnung eine intensivere Stimulation gegenüber dem Vaginalverkehr.